Hier ist das Erste Deutsche Body Business mit den Tagesthemen. Heute ist der 2. Dezember 2020. Guten Tag meine Damen und Herren. Hochkonjunktur bei den Weihnachtswichteln. Seit vorletzter Nacht sind die kleinen Wesen sehr aktiv, denn sie mussten in nahezu allen Haushalten die beiden ersten Behältnisse sämtlicher Adventskalender befüllen. Insider berichten, dass die Wichtel aufgrund wachsender Anforderungen der Adventskalender Befüllungsmaßnahmen immer häufiger an Bandscheibenvorfällen, sogenannten Wichtelprolapsinis, leiden. Grund hierfür ist ein fehlendes oder mangelhaftes präventives Vorbereitungstraining. Um diesen Missstand zu korrigieren, bietet das Body Business Bad Kreuznach heute Abend unter der Leitung von Oberwichtel Christoph Wagner ein präventives Anti-Prolapsini-Missstandsauflösungstraining an. Chris, was können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darunter vorstellen? Ist klar, ich wiederhole jetzt das Wort. Nein. Wir werden trainieren. Wir werden unsere Übungen bichteln. Also bis heute Abend. Vielen Dank, Christoph, für dein ausführliches Statement. Tja, da bleiben wohl keine weiteren Fragen offen. Oder doch? So oder so. Seien Sie gespannt und schalten Sie ein. Heute um 18.30 Uhr. Live auf Facebook und YouTube.